Herzlich willkommen zu einer Runde Battlefield 1, Spielmodus Eroberung. Wir haben neu gespawnt, also keine Ahnung wie das hier abgeht. Lauf grad Seite. Jungs, bitte nein, fahr... Oh, gibt's hier noch ein Auto. Ihr Hunde, ihr lasst mich einfach zurück. Ja, super. Wartet, okay, ist schon eh voll. Mg-Motorwatt, und wir dürfen jetzt schön hier langlau... Oh! Verrückter Hurensohn. Dass da einfach seine Granaten fallen. Verrückt, diese Piloten von damals, vor 100 Jahren. Verrückte Jungs waren das. Scheiße. Naja. Oh, die Map hab ich noch nie gespielt. Ich glaub, ich will da nicht reingehen, da fliegen schon Schüsse raus. Ich lauf einfach mal weiter. Lauf ich überhaupt hin? Sollte ich überhaupt hin? Weiß es nicht. Oh. Der hat einen Abkommen gemacht, der Junge. Hier, bekommst du den Kid. Weiß aber, ich hab mal ein paar Punktchen. Weil das ist ja richtiges Snipe-Tower. Okay, ich lauf mal zu B. Das hört sich voll gut an. Hier hab ich sogar mal einen Weg. Fick dich! Oh, Mann. Er hat ja klappen können. Ah, Medic nähert sich. Nähert sich. Das Erste ist tot. Okay, wir lassen's mal sein. Der kommt eh nicht zu mir. Kann man sicher gut snipen. Wichtig ist halt, die Waffen hochzuspielen. Finde ich. Damit ich auch die besseren Waffen freikaufen kann. Oh, machen wir mal hier ein bisschen Leuchtfeuer. Leuchtsignal-Hilfe. No. So läuft das hier. Oh Gott, ey. Eigentlich sollte ich nicht snipen. Ich bin nicht gut in diesem Game mit dem Momentan-Sniper. Ah, fick dich, Alter. Komm her, Junge. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Ich krieg mal davon, Alter. Im Dreck. Ja gut. Es sei sie. Bleiben einfach mal so drei Sekunden still. Schon wieder der Mager. Echt, der spricht nur nach vorne da mit seinem ganzen Squad. Und überrennt alles. Oh, mein Team ist aber durch. Meine Mites, dann spaw ich mal bei meinen Mates. Nehmen wir A ein. Wär ist auch schon kaputt, ey. Hier sind ganz schön viele Flieger rum auf dieser Map fällt mir auf. Ah, und auf den Kopf landen sie auch. Oh shit, ich muss da bleiben, um das zu erobern. Shit. Schließen wir mal die Türen. Vorsichtshalber. Aber noch ist keiner da, der uns davon abhält, das nicht zu erobern. Was macht mein Mate da? Mit was schießt der denn da rum? Der ist genauso scheiße wie ich. Wer kämpft denn hier überhaupt? Österreich-Ungarn? Gegen? Oh, was ist denn das für eine Partei nochmal? Ich glaube, das soll Italien sein, ne? Also würde Sinn ergeben. Die haben ja am ersten Bergkrieg gegeneinander gekämpft. Wow, wow. Junge, roll den Berg nicht runter. Alter, ich kann dir helfen. Erste Helfer, greift zu. Alter, das rumst ja auch nur so. Zum Glück. Alter, schieß ich so richtig scheiße. Alter, Junge. Oh, deswegen seid ihr alle am Rand. Erste Helfer, greift zu. Den hab ich ein bisschen schwind gesehen. Kommen wir hier auch nochmal raus? Jungs, da ist ein Ausgang. Ich will nämlich hier raus. Komm. Wir hauen ab. Okay. Wir hauen mal lieber ab. Gegen den Panzer zu kämpfen, hab ich nämlich nicht so wirklich Lust. Aber hier unten gibt's auch keinen Punkt. Das ist so wirklich nur dieses Kampf-Terror. Na ja. Oh, wow. Jetzt ist schon wieder... Nein. Oh Gott, Digga. Hör auf, hochzukrabbeln. Ja, da. Ja, jetzt halt mich erstmal. Ah, ich hasse das. Ich muss eigentlich zieht rücken. Wo? Da war er. Ja, ja. Dich hab ich gesehen, my friend. Wir haben ein paar Ziele. Aber ich weiß nicht, ob er alleine ist. Oh, hier kann man gut raus. Schieß er. Wenn man hier einen Sniper hat, wie gesagt. Mit einer Sniper könnte man hier richtig viel reißen. Dann müsste ich aber auch meine andere Sniper nehmen, weil meine hat leider kein Visier drauf. Aber den Jungen da, den hole ich mir, wenn der dran bleibt. Dann geht's ab Richtung A. Erstmal losprinten hier. Zack, 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 zack. Jetzt näher ich mich langsam. Wow. Verrückt. Von wo? Aber egal. Die Flagge ist dran. Der sieht mich sicher nicht mal. Sein Maid hat auf ihn geschossen. Von da drüben irgendwo. Ich weiß leider nicht von wo. Von dort. Auf jeden Fall hat er nicht mich, sondern sein Maid getroffen. Ist mir aber egal. Ach, scheiße, Junge. Ich hau ab hier. Ich düse davon. Erst nochmal heilen. Oh, scheiße. Jetzt weitersprinten. Mir die nächste Flagge vorknöpfen. Zick, zack laufen. Der guckt hoffentlich so sehr in den Himmel, dass er mich gar nicht mitbekommt. Da ist er. Den hole ich mir. Ja, ja. Oh, 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 Junge. Chill doch. Ich hol mir nur dein Teammate. Ach. Guckt euch das einfach wohl. Wie gesagt, wenn man dann... Ah. Die Frage. Ich will mir jetzt aber ungern hier... Also ich hab die klar. Also hier. Die hat ein C-Fanora. Die spielen ganz viele. Aber ich will die mir jetzt nicht holen, weil da warte ich lieber auf die Besseren. Ich darf euch nicht drücken. Aber ich glaub, das ist echt besser mit dem C-Fanora, weil hier kämpft man so sehr auf große Distanz. Wow, Alter, wir sind ja hier richtig angegraben. Aber was mir in diesem Spiel sehr auffällt, obwohl man muss die auch benutzen, sind die Gräben. Man will auch so ein bisschen den Ersten Weltkrieg hineinbringen, indem man die Gräben benutzt. Irgendeiner hat den Geschütz, den Bunker. Die Frage ist nur, wie kommt man da unten rein? Man benutzt die Gräben. Und man muss die auch nutzen, weil man sonst keine Deckung hat. Man sieht hier so... Diese ganzen Posten werden auch extrem genutzt. Aber man muss es halt auch, wie gesagt, weil man sonst null Deckung hat. Zum Teil. Ich würde das Szenario sehr gut rumsetzen, aber halt mit diesen Waffen, dass da irgendwie zum Beispiel drei oder vier Waffentypen manchmal von derselben Waffe gibt. Ah, weiß ich nicht ganz, was das für eine Entscheidung war. Hey, dieses Flakfeuer, man erkennt das. Er ist schon wieder da hinten. Ja, jetzt sneaken wir uns vor. Eigentlich sollte ich als Sniper mich gar nicht vorsneaken. Eigentlich kann ich auch hinten stehen bleiben. Keine... Geh kaputt. Scheiße, geht nicht kaputt. Weil eigentlich bin ich ein Sniper, ja. Von da kam irgendwo ein Schuss. Boah, Alter. Jetzt kommen die meine Snipe-Skills. Keine Ahnung, Alter, wie hoch ich da zielen muss. Ich brauche auch einen viel größeren Zoom, glaube ich. Diese Distanz. Das ist der Panzer, der darf auch gerne da bleiben. Ich hole jetzt mal den Schuss raus. Dann müsste er Damage machen. Ja, sieben Damage. Naja, ein bisschen Damage mache ich den, ja. Ist er kaputt? Ja, er ist kaputt. So wie sich's gehört. Weg mit dem Panzer. Weg mit dem Pistel drauf. Kann ja nicht. Mehr als schief gehen kann's ja nicht. So, und jetzt gehen wir ja auch mal hier hin. Jetzt bin ich Scharfschütze und total offensiv. Aber hier. Wo? Verbiss mich. Fuck! Komm, Sniper, bitte. Ja, er kommt, er kommt, er kommt, um mich zu retzen. Bitte retze mich. Danke. Ich weiß ja, wo der Hund ist. Ich muss ihn nur noch sehen. Da ist er. Jawoll. Ich kann schon einen Kopftreffer. Warte. Wow, hier war grad dieses Bayonet-Stürm. Ah, den Wichser hab ich da oben. Das ist ein dummer Stein. Er wird sich wieder auf uns. Ja, holen wir die Pistel raus. Und gehen die. Wow. Ich hab einer, der ist ja schon tot. Toll. So, in diesem Thema, wir gehen die. Ich wollt grad sagen, ich geh an die Flak, aber das wird nichts. Weg. Ich nehm mir die Zeit zum Zielen, aber sie geben sie mir auch, indem sie meinen, sich nicht bewegen zu müssen. Ja, geh an die Flak, aber wenn hier irgendwie alle rumschießen, würd ich auch an die Flak gehen. Weg damit, ich muss hier rausschießen. Kann das auch noch wegmachen? Guck, ich will doch nur hier einmal, da, da. Der war, der war. Oh Gott. Oh Gott. Jawoll. Purzelt er den Berg wieder herunter. Wo? Okay, das ist meiner. Ah. Also, das ist echt ne böse Snipermap. Die nehmen jetzt A ein. Wieso ist er stehen geblieben? Wo? Scheiße, da war noch einer. Mist. Na gut, ich nehm mal hier wieder den Sani. Ich nehm mal den Bomber. Wir haben Einsatzziel, Albert. Okay, grün-weiß. Was immer grün-weiß hier zu bedeuten hat als Tarnung. Nehme ich mal an. Wir spielen Österreich-Unkarn und haben ne deutsche Flagge drauf. So, wo sind sie denn? Wo soll ich bomben? Oh Gott, Alter. Einfach alles fallen lassen. Das wird schon klappen. Nicht ein Damage gemacht. Schade. Das ist voll knapp. Da werde ich beschoschen. Da werde ich beschoschen. Da werde ich beschoschen. Komm, dich krieg ich doch. Ah, nur 68 Damage. Nein, 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 nein. Mating, Mating. Selbstmord. Ey, das Fliegen muss ich mich echt noch gewöhnen. Bei der VIII und VIII, da habe ich mich richtig an das Fliegen gewöhnt. Das hat zwar lange gedauert, aber ich konnte es dann. Und hier das Fliegen ist komplett anders. Digga, kannst du bitte aufhören, beschossen zu werden? Wo ist... Warte, ey. Panzer kannst du ja gerne... Ja, guck, ich nehm mir meinen Moped. Ey, ich muss hier nur noch... Welcher Idiot hat denn das festgefahren? Komm. 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 Befreie dich. Okay, geht nicht. Das Moped ist verloren. Wir müssen es leider aufgeben. Oh, 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 oh. Er ist Hilfe, nimm schon. Da haben die sich gerammt. Da springen die Ersten raus. Wo war der hier, der Junge? Oder ist er weggegangen? Ne, keiner da. Keiner da. Keiner da. Na gut. Dann erobere ich das halt. Wenn niemand das wird. Da die... Oh, Alter, vorne knallt's. Oh, da ist er noch runtergestammt. Oh. Yo, Junge, ich fahr doch nicht mehr mit. Ich wurde gerade eigentlich... Hä? Oh, was, was denn das jetzt gerade? Das kannst du knicken, my friend. Da wusste ich, in welcher Ecke du bist. Ich treff schon wieder nicht. Oh, shit. Schießen die auch noch von der Seite? Oh, Alter. Das ist hier die Übersicht zu haben. Über die Map, von wo man hier beschossen... Da snipe hat schon wieder einer. Schuss von ganz hinten, hab ich gesehen. Oh, Junge, Junge, Junge. Also, das ist echt ne Map. Die... Die ist cool. Aber auch schwer. Komm her, Junge, komm her. Bleib da liegen. Perfekt. Dann... Ja, ich stech dich ab. Dann bleib ich genau vor ihm. Endet der Sprint. Das gibt's nicht. Da kriegt er halt mein Messer in den Rücken. Oh, da endet der. Ja, komm, wir machen nochmal... Was ist hier denn besser? Dann fange ich mal den hier ein. Da haben wir ja auch Bomben. Was ist das? Täuschkörper? Ich weiß es nicht. Oh Gott, Junge. Oh Gott. Oh Gott. Ich spring einfach raus. Also, fliegen, das ist noch nicht so mein. Da muss ich echt noch üben. Ja, schieß auf das Flugzeug. Wo kann er noch? Oh. Oh. Das ist deren Geschütz. Ah, nein. Ach, da kam gerade ein Sunny, glaube ich. Wieso haben die... Wir haben Einsatzziel, Albert. Unser Geschütz bei unserer... Also... Ja, unser Geschütz bei unserer Fahne. Warum? Jungs. Jungs. Es ist der Tod. Es ist das unser Gesch... Oh, jetzt haben sie das. Jetzt. Oh, jetzt kommt. Einsatzziel, David. Hallo. Mann. Ich wollte doch nur in das schöne Geschütz. Aber jetzt ist es... Oh, erinnern wir ganz schön viele rum, was ich da sah. Junge, Junge, Junge. Das wird hier nicht einfach. Na egal. Einfach erobern. Einfach mal die Granate hochwerfen und dann... Den als Deckung benutzen und dann mal schauen. Wir haben Einsatzziel, Bertel, erobern. Ziehleine, Junge. Glück habe ich aber so viel Muni. Boah, ja. Da purzelt die Leiche runter. Oh, kann mein Maid da... Das war doch mein Maid, der dazwischen gerannt ist. Warum hat der nicht den Kill gemacht? Was hat der denn gemacht, als er dazwischen rumgerannt ist? Gib mal einen Artilleriewagen. Der ist sicher richtig nice hier auf der Map. Ja, brummen wir mal los. Und auch nach oben möchte ich damit. Ja, man kann dieses schöne Geschütz... Mann. Oh, hier ist auch noch einer. Der brennt nur ein bisschen. Aber gut. Oh, der einzige Nachteil ist, er hält nicht ganz viel aus wie Panzer. Komm her, Junge. Ist das scheiße. Scheiße. Rückwärtsgang, rückwärtsgang. Ah, die zweite Waffe. Mal sehen, ob wir hier was sehen. Nö. Schauen wir mal da hin. Vielleicht ist da was. Und die Bergauf ist ja aber nicht gerade PS-stark. Leistungstark. Fehlen die PS. So. Mal gucken, wenn wir mit dem schönen Geschütz... Ja, gut. Das ist hier aber nicht so einfach, damit zu treffen. Nee. Wo schießen die denn hier? Da? Nee. Wo schießt ihr denn hier überall? Aber weißt du, den fetten Bomber. Den kann ich aber nicht treffen. Jetzt! Oh. Da ist er. Was? Wieso haben die eigentlich ein Luftschiff? Wir haben nicht mal 100 Punkte mehr. Oder wir haben gerade mal so 100 Punkte mehr. Ich unterrede mal eben noch. Die guten Panzer. Die Art. Komm. 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 Wunderbar. Und jetzt können wir weiter. Bergauf. Trupp, 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 trupp. Immer schön. Scheiße. Scheiße. Jungs. Da sind sie. Äh. Tod. Kommt da noch mehr? Und ja. Hier ist ein Mord. Ist dir? Natürlich, wir haben jetzt das Luftschiff. Mal gucken. Ich sehe hier aber nichts. Äh. Du du du. Du 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 d. Oh. Oh, Mama, ich hab das geschützt, erwidert das Feuer. Weg, Junge. Oh, Junge, das geht hier aber jetzt bergab in die Gräben. Ich muss hier raus. Es ist vorbei für den Artilleriewahn. Also dieses bergige Gebiet ist nicht so für so'n Fahrzeug gedacht. Oh, oh, da sind aber viele. Ich komme ab. Ich glaube, ich hab hier einen gesehen. Aber ich glaube nur. Alter, das knallt hier auch nur so um sich. Aber tatsächlich einer. Aber Mist. Wir haben das Luftschiff. Und es hat extrem viel Feuerpower. Müssen wir eigentlich runterholen. Dann wären jetzt die Jäger gut. Bären. Leider haben wir keine. Oder ich schieße... Oh, jetzt spawne ich natürlich mit der falschen Klasse hier oben. Schöner Spawnpunkt. Wirklich schöner Spawnpunkt. Also selten sowas Beschissenes gesehen. Ey, komm. Ach, scheiße. Ich will in den Flugzeug. Gib mir ein Flugzeug. Ja, dann halt. Ne, muss ich mal hier spawnen. Und dann bin ich wieder unterm Berg. Bei so einem beschissenen Panzer drin, der einen Panzerkampf führt. Wo ich ganz sicher nicht dabei sein will. Weil der ist nicht nett. Ah, was? Ey. Was soll denn das? Wieso war das gerade so buggy? Wenn man die Tür zumacht, kann man die auch nur von der einen Seite öffnen. Wie gesehen von der Innenseite, nicht von der Außenseite. Ah, na, 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 na. Gucken. Ich habe leider ja nichts gegen Panzer. Das Luftschiff muss auf jeden Fall weg. Das ist echt ein großes Problem für unser Team. Oh, hier snipen man die schon wieder auf uns. Da fährt der Panzer. Ah, shitty. Werden die Flak da hinten haben. Das ist die Frage, wo es snipert, der Junge? Ich höre ihn ja. Boah, Alter, das Luftschiff ist am Feuern, glaube ich. Feindlicher Bomber aufpassen! Da kommt ein Bomber schön. Und da ist die Flak. Heran. Komm, Junge. Holen wir den Bomber runter. Ich treffe ja mal sowas mit Garn, ey. Schießen wir mal auf das Luft. Frag ich den überhaupt? Keine Ahnung, ich lobe mal weiter. Spritten war zu arg. Scharfschütze, aber der ist irgendwo hier vorne. Oh, shit. Da habe ich endlich mal gut... Warum? Junge, Mann. Ich hätte dich doch spawnen. Ich hätte es doch spawnen können. Pack mich mal hier hinter. Wir haben Einsatzziel, Cäsar, verloben. Waren das jetzt seine Snipes, die ich hier gehört habe? Ich hoffe mal, ja. Einfach hier in den Dreck legen. Und erobern. Aber wir führen noch. Trotz des Luftschiffes. Ah, die haben mehr Punkte. Also, wir führen... Punkte einnehmen. Das führen wir nicht mehr lange hier. Ah, da, da snipert wieder einer. Und er wird noch wieder im Bomber. Ich möchte ungern in seiner Flugrichtung sein. Wo ist das? Oh, shit. Wo ist das Moppetis? Oh. Ah, das ist mies. Wo sind denn unsere Apfangehäger? Warum sind unsere... Mein Squad mit dem Panzer hinten im Spawn? Ja, jetzt ist ein Flieger da. Jetzt hätte ich noch den Flieger picken können. Na, toll. Wo ist das nicht mehr? Sheet. Scheiße. Ne, Flieger natürlich nicht mehr da. Schön. Ich frage mich halt, was die machen. Ich nehme mal an, es ist eine Artie und er will mit der Artie auf den... Auf den Zeppelin schießen. Aber... Also auf den Zeppelin konzentrieren, ja. Aber nur auf den Zeppelin konzentrieren, weiß ich nicht. Oh, Jungs. Das Problem ist diese enorme Feuerpower, dieser Scheiß-Thailand. Also das carry jetzt für dieses Spiel. Die erobern uns halt alles weg. Man sieht es ja, die holen jetzt auch für uns, dass wir irgendwie die Zeit rumkriegen. Ach, komm. Verrückte Scheiße. Der Nachteil meiner Waffe, die ich hier spiele, macht extrem viel Schaden, schießt aber nicht schnell. Das ist ein großer Nachteil. Warum fährt unser Panzer da hinten rum? Zumindest haben wir noch zieh, aber es läuft ja alles hier beschissen. Oh, shit, man. Ich muss Reflex schießen, weil es feindlich ist. Oh, wenn es kein Damage macht. Beschissener Panzer. Digga, du sollst das machen. Ich will weg vom Panzer. Der macht einmal ein Looping da oben. Oder besser, kein Looping, aber dreht sich. Ah, Junge, Junge, Junge. Also das... Der Dreck Zeppelin, der carriert das Game. Oh, jetzt sind wir... Oh, oh, oh. Ich geh mich ja mal verstecken. Okay, sind unsere, dann geh ich an die Flak. Der brennt ja nicht mal, der Scheißteil. Oh, 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 ist er wieder, das Feuer! Mich würde extrem interessieren, wie viel Leben das Kackteil noch hat. Ich würde gerne einen Flieger haben, um gegen dagegen zu feinden. Und ich nehme mal an, also die haben ja mehr Flieger als wir in der Luft. Und auch... bessere Piloten als mich. Ah, der Panzer, ey. Dass der immer noch im Leben ist. Ist doch scheiße. Was? Mach ich denn kein Damage? Ne. Sichtungsbonus hab ich bekommen, wie viel. Ah, da läuft noch einer. Er ist tot. Super. Ah, das wird eng. Das wird eng, das Luftschiff muss halt weg. Und das hat noch nicht mal wirklich richtig viel Damage. Jawoll. Dann nimmt man einen guten Schuss. Manchmal greife ich doch mal. Aber auch nur manchmal. Oh, mein, 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 dein Ding. Der Punker schießt zurück. Oh, das... Was schießt denn jetzt auf mich? Das dumme Luftschiff oder was? Was schießt denn da? Dummer Flieger. Also auf dieser Map ist das extrem schwer mitzubekommen, von was oder von wo man immer genau beschossen wird. Weil die Richtung reicht ja hier nicht, weil es ist Berglandschaft. Das geht so hoch, weit nach oben, so hoch, weit nach unten. Und wir müssen den aus dem scheiß Bunker da bekommen. Einfach drauf losstürmen. Hier einmal eine Leuchtrakete noch abfeuern, damit wir ein bisschen sehen, wer hier in der Nähe ist. Da ist eine Granate, Junge. Ich will hier nur weg. Ich will hier nur weg. Mit etwas Glück will ich gern den Bunker bemannen. Ja, bitte, ihr habt ihn nicht kaputt gemacht. Ja, uh, er ist noch heil. Da sitzt ja immer noch ein Feind drin. Glück hat er nicht mitbekommen, dass ich auf ihn geschossen habe. Hä, ist das kein Feind? Was? Bist du ein Feind oder Freund jetzt? Fick die, nehm die Granate zu. Junge. Wieso wird er mir nicht als... Ach, oh. Natürlich wusste ich, er ist Freund. Scheiße. Heute hat er den selben Plan wie ich. Also erstmal hier das Teil ein... Ah, hier ist keine Waffe. Ist das Zeppelin weg? Ich glaube, der Zeppelin ist da und ist gut. Das ist wirklich gut. Dann können wir das Spiel noch reißen, weil uns fehlen nur noch 30 Punkte. Und der Zeppelin ist endlich down. Endlich. Jetzt wird losgelegt. Kein Feuer mehr von oben. Weg, Junge. Du lässt meinen Kameran in Ruhe. Das ist einfach. Oh, was war das denn? Gloppenlack. Das ist cool, ey. Wie die so hier lang fliegen. Jetzt kommt auch der Nebel. Wie man sieht, der Nebel ist unten. Also nicht für uns hier oben. Der spielt also... Oh. Der spielt für uns hier oben. Keine Rolle. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsatz. Ah, gewonnen. Jawoll. Äh, Luftschiff hätte das fast noch gecarriert für die. Weit neid, wie der Nebel jetzt kam am Ende der Schlacht. Obwohl er jetzt kaum noch Einfluss hatte. Die kamen ja ganz schön spät. Ah, dann sieht's ja also. An 100 Punkte vorne. Dann kam das Luftschiff. Da haben wir unseren Vorsprung sogar noch weiter ausgebaut. Und dann haben die das fast gedreht. Also Luftschiff, das war echt gut. Meine Leistung, naja, die war eher bescheid. Aber gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.